Die letzten beiden Jahre waren für die Schaustellerbranche eine Katastrophe, quasi Berufsverbot wegen der anhaltenden Pandemie. Dieses Jahr soll alles besser werden. In München wurde beispielsweise spekuliert, dass das Oktoberfest im Sommer stattfinden solle. Das ist dort keine Option, ähnlich sieht das auch Fürths Wirtschaftsreferent Horst Müller bei der Michaelis Kerber. Erstens sind wir nicht beliebig. Die Tradition, wir haben eine Veranstaltung, die über 950 Jahre alt ist. Da ist das Oktoberfest jungfräulich dagegen. Und natürlich auch handfeste Gründe wie Verträge. Die Schausteller haben Verträge für die diversen Standorte, wo sie stehen. Die kann man dann einfach hin und her schieben. Also da muss man sich auch verlassen können. Die brauchen ja Planungssicherheit. Das heißt, alle Feste hin und her zu schieben in die Sommermonate, das wird schlicht nicht funktionieren. Für Fürths Wirtschaftsreferent ist auch der Umgang mit den Schaustellern nicht vertretbar. Die Zahlen sprechen da eine klare Sprache. Rund 25 Prozent weniger Bewerbungen hat es für die diesjährige Kerber gegeben. Die Schausteller hat heute die nächste schwere Botschaft erreicht. Der 4. Frühlingsmarkt im März wurde jetzt laut Stadtrat abgesagt. Es wird aber Ersatz geben, ähnlich wie das Herbstvergnügen im vorletzten Jahr. Der Termin März ist halt mit Unsicherheit behaftet wegen der Pandemie. Deshalb war die Überlegung, die richtige Überlegung aus meiner Sicht, dass man sich im Mai verlegt und dann aber auch größer macht. Das heißt, beide Verbände, die Marktkaufleute und die Schausteller, ein sogenanntes Maifest auf der Fürther Freiheit stattfinden soll. Auch die Michaelis Kerber steckt für dieses Jahr schon voll in den Planungen. Sollte es die Pandemie zulassen, werden wir dieses Jahr laut den Verantwortlichen der Stadt Fürth endlich wieder die größte Straßenkerber im Oktober traditionell mit allem, was dazugehört, erleben.